Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Seit dem 10. Februar ist in China das Jahr des Drachen angebrochen. Und in der zweitgrößten Volksrepublik steht genau dieses Tierkreiszeichen für Reichtum, Güte und Intelligenz. Das ist natürlich wünschenswert, gerade für China, wenn man sich die konjunkturelle Schieflage anschaut, in der sich das Land befindet. Und mittlerweile haben natürlich auch Politik und Notenbanken schon einige Maßnahmen getroffen, um aus dieser Talsohle herauszukommen. Inwieweit diese Maßnahmen schon fruchten und welche Auswirkungen das sowohl auf den chinesischen Aktienmarkt als auch auf die europäische Konjunktur haben wird, darüber unterhalte ich mich in den nächsten Minuten mit Prof. Dr. Jan Fiebig von Oddo BHF. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Tag, Frau Krämer, grüße Sie. Das Thema an sich ist jetzt nicht das, was unbedingt jeden zum Strahlen bringt. Es geht um die konjunkturelle Schieflage Chinas. Gut, das haben wir natürlich schon im Prinzip seit dem Lockdown von der Corona-Pandemie gesehen. Gefühlt ist China nie so wirklich in die Erholung gekommen. Danach, die einzige Wachstumslokomotive schnaubt momentan nur noch bitter. Was glauben Sie, sind die größten konjunkturellen Probleme? Ich glaube, man kann zwischen vier wirklich großen Problemen momentan unterscheiden. Das mit Abstand wichtigste Problem ist sicherlich die Immobilienkrise, die wir momentan in China haben. Aber hinzu kommt, dass auch gleichzeitig noch die Regionalregierungen enorme Schuldenlasten aufgebaut haben. Hinzu kommt auch noch, dass die Regierung momentan sehr stark in den Wirtschaftskreislauf eingreift. Das hat er zu diesem Fall an den Aktienmärkten noch mal deutlich verschärft. Und das letzte Problem ist, dass wir momentan ein enormes demografisches Problem in China haben. Und dieses Gemisch, das führt momentan dazu, dass die Konjunktur lahmt. Lassen Sie uns noch mal auf die Immobilienproblematik eingehen. Wir hatten im letzten Jahr natürlich auch hier in der täglichen Berichterstattung immer zwei große Unternehmen im Fokus gehabt. Das war Evergrande und Country Garden. Beide galten ursprünglich als relativ solide Unternehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen unantastbar, aber es kamen regelmäßig Nachrichten, dass man die Zahlungen explizit ins Ausland nicht mehr leisten kann. Dann wurde es etwas ruhiger. Aber was die Immobilienproblematik angeht, ist ja momentan keine Lösung aufgekommen. Wie ist denn der momentane Stand? Ich glaube, der Stand ist so, wie Sie ihn beschrieben haben, relativ düster. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für dieses Ausmaß, das wir als Krise momentan erleben. Wenn Sie momentan hier in Frankfurt eine Immobilie kaufen, müssen Sie ungefähr acht Jahre arbeiten mit Ihrem durchschnittlichen Einkommen, um eine Immobilie abzutragen. Wenn Sie das Gleiche in New York machen, dann müssen Sie knapp zwölf Jahre arbeiten. Wenn Sie eine Shanghai-Immobilie kaufen, dann müssen Sie 48 Jahre arbeiten. Das zeigt Ihnen so dieses enorme Ausmaß, das Sie momentan haben. Ein zweites Faktor, den man vielleicht erwähnen kann, ist die Verschuldung von Evergrande. Sie haben das Unternehmen angesprochen, angucken und stellen Sie fest, das Unternehmen hat momentan eine Verschuldung von über 300 Milliarden US-Dollar. Diese Verschuldung ist größer als die komplette Verschuldung von Südafrika. Und in Südafrika leben 60 Millionen Bürger und Bürgerinnen. Was ich ganz interessant finde, denn man sieht immer mehr Asiaten und Chinesen in Frankfurt tatsächlich Immobilien kaufen. Vielleicht ist genau das auch mit ein Grund, dass man es hier etwas günstiger erwerben kann. Aber welche Schritte kann man denn momentan von Regierungsseite, von politischer Seite sehen? Und wenn ja, fruchten diese? Also ich glaube, die Politik der Regierung ist eigentlich der eigentliche Grund, dass wir dieses Problem überhaupt haben, also langfristig. Denn die Regierung ist hergegangen und hat diesen enormen Infrastrukturboom beflügelt. Gerade die Regionalregierungen sind hergegangen, haben sich enorm verschuldet und haben auch Land verkauft für diese Projekte. Und das ist der eigentliche Grund, dass wir diese enorme Krise momentan haben. Jetzt kann man hoffen, dass die Regierung diese Politik ändert. Ich bin da wenig optimistisch, was momentan passiert ist, dass die Zinsen gesenkt werden. Das wird vielleicht zu einer kurzfristigen Rallye an den Märkten führen, aber das löst langfristig das Problem nicht. Ich finde die Thematik relativ spannend. Die Zinsen werden gesenkt, nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit heute. Dabei hat China allerdings mit einer Deflation zu kämpfen, ganz im Gegensatz zu uns mit der Inflation. Das gleiche Tool wird genutzt, um etwas völlig Konträres zu bekämpfen. Wie passt das zusammen? Genau, im Westen haben wir ein ganz anderes Problem als in China. Im Westen haben wir momentan das Problem, dass wir einen Angebotsschock hatten. Das heißt, die Inflation ist sehr, sehr stark gestiegen. Und deswegen ist die Europäische Zentralbank hergegangen, hat zehnmal die Zinsen erhöht. Genau das Gegenteil passiert in China. In China hat man eine Nachfrageschwäche, weil der Konsum momentan insbesondere sehr schwach ist und auch die Exporte schwach sind. Deswegen geht die Regierung momentan her und senkt die Zinsen. Um halt diese deflationären Tendenzen zu bekämpfen. Also ganz unterschiedliche Probleme. Welche Lösungsansätze würden Sie denn bevorzugen? Was glauben Sie, kann man möglicherweise neben Zinssenkungen tun, um die konjunkturelle Schieflage wieder etwas zu begradigen? Ich glaube, man muss das machen, was andere Länder auch gemacht haben. Man muss das Problem an der Wurzel bekämpfen. Man muss einfach diese Schulden jetzt hergehen, diese Schulden zum Teil ausfallen lassen, zum Teil restrukturieren. Das ist das, was passiert. Denn die Folge für den Aktienmarkt ist doch folgendes. Evergrande hat fast 100 Prozent verloren oder hat 100 Prozent verloren, weil es ausgesetzt ist vom Handel. Sie haben vorher ein anderes Unternehmen, Country Garden, angesprochen. Auch dieses Unternehmen hat einen Wertverlust seit dem Höhepunkt 2018 von 95 Prozent erlitten. Und diese Probleme muss man jetzt auskurieren. Und ich glaube, genau das wird langfristig passieren. Am chinesischen Aktienmarkt selbst hat man natürlich auch gesehen, dass die Aktien deutlich in die Knie gegangen sind, egal ob das beim Hang Seng oder auch bei einzelnen Branchen war. Es gibt immer mal wieder leise so das Geflüster auch hier am Parkett. China könnte eine Comeback-Story im Jahr 2024 hinlegen. Das Tal der Tränen sei durchschritten. Die ganze Floskelparade wurde abgefrühstückt. Klar, es gibt natürlich nicht nur die Immobilien in China. Es gibt auch Unternehmen wie Alibaba beispielsweise, an die man sofort denkt. Glauben Sie denn, dass der chinesische Aktienmarkt tatsächlich sich in diesem Jahr erholen kann? Natürlich können wir eine kurzfristige Rallye haben an den Märkten. Und wenn man das machen würde, dann würde man momentan vielleicht Banken kaufen. China Construction Bank, Bank of China, solche Unternehmen würde man kaufen, wenn die Hoffnung ist, dass diese sehr, sehr stark gefallenen Unternehmen irgendwann mal wieder steigen. Wenn Sie die andere Hoffnung haben, Sie haben Alibaba angesprochen, und wenn Sie die Hoffnung haben, dass die Regierungspolitik sich ändert und der Staat nicht so stark in die Wirtschaft eingreift, dann würden Sie vielleicht eine Baidu, eine Tencent, solche Unternehmen momentan kaufen. Nur, ich glaube, das ist keine gute Anlagepolitik, denn ich würde niemals in ein Unternehmen investieren, was nicht mindestens zehn Jahre halten würde. Und das würde ich mit chinesischen Aktien nicht machen. Und deswegen würde ich mich momentan von diesem Markt eher fernhalten, als dort zu spekulieren. Das heißt, auch günstige Bewertungen sollten im Vergleich gerade zum europäischen oder zum deutschen Markt sollten einen dann nicht aus der Reserve holen? Die Bewertung ist spottbillig. Man hat momentan Bewertungen, die liegen unter sieben Mal der Gewinne. Das ist sehr, sehr, sehr billig. In den USA ist man über 20 Mal der Gewinne momentan. Also der chinesische Aktienmarkt ist billig, keine Frage. Wenn Sie Value-Investorin sind, dann würden Sie vielleicht dort investieren. Aber wenn Sie den Anspruch haben, gute Unternehmen, wundervolle Unternehmen zu suchen, zu einem fairen Preis, den Sie langfristig halten, dann ist China ganz bestimmt nicht der Ort, wo man investiert. Lassen Sie uns auf ein von Ihnen ebenfalls angesprochenes Problem noch mal zu sprechen kommen. China hat gerade, was die relativ junge Bevölkerung angeht, ein großes Problem auch mit der Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Spanne der 18- bis 25-Jährigen ist deutlich davon betroffen. Es hat sich jetzt laut den jüngsten Konjunkturnachrichten etwas gebessert. Das ist noch im zweistelligen Bereich, aber es sieht zumindest auf den ersten Blick etwas freundlicher aus. Aber hier gilt es, da habe ich einen Bericht zuvor von Ihnen gelesen, zwischen den Zeilen zu lesen. Weshalb? Genau. Ich meine, was in China passiert ist, die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm angestiegen. Es ist auf über 21,3 Prozent angestiegen nach der alten Berechnung. Und das hat die kommunistische Regierung gestört. Und was haben die gemacht? Die haben einfach diese Zeitreihe ausgesetzt und haben das neu berechnet. In dem sie bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Langzeitstudenten, ausgeschlossen haben von der Berechnung. Und haben neue Zahlen präsentiert. Und diese neue Zeitreihe fängt offensichtlich tiefer an, fängt bei 14,9 Prozent an. Die Folge davon ist, dass Sie diese Daten einmal im Zeitablauf nicht mehr vergleichen können. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass Sie es auch international nicht mehr vergleichen können, diese Zahlen. Weil die Zahlen halt überhaupt nicht mehr mit den Konventionen, der Statistik übereinstimmen, die man in anderen Ländern hat. Da drängt sich einem oder mir zumindest auch die Frage auf, ob China nicht möglicherweise auch bei den Konjunkturnachrichten in der Vergangenheit ein kleines bisschen frisiert hat. Denn zweistellige Wachstumsraten, klar vor Corona, die haben uns doch hier alle mit den Ohren schlackern lassen, oder? Die Frage drängt sich mir auch auf, ganz, ganz bestimmt. Und wenn Sie sich momentan die Wachstumszahlen angucken, dann berichtet die chinesische Regierung ein Wachstum von 5,2 Prozent. Es gibt extreme Meinungen, die gehen davon aus, dass das Wachstum nicht bei 5,2 Prozent ist, sondern bei 1,5 Prozent liegt. Das ist eine Firma, die heißt Rhodium. Großes Research House. Es mag nicht so niedrig sein, aber eins ist ganz sicher, diesen Zahlen darf man nicht vertrauen, weil in China halt Statistiken, ich habe es angesprochen, nicht die Qualität haben, die man im Westen hat. China selbst hat außerdem, geopolitisch gesehen, ist es überall schwierig momentan. Nichtsdestotrotz kommt natürlich auch immer wieder der Konflikt zwischen China und Taiwan mit aufs Tableau und gilt als Risiko. Deshalb natürlich sind auch Handelsbeziehungen zwischen den USA und zwischen China nicht zum Besten bestellt. Wo sehen Sie hier in der nahen Zukunft mögliche Probleme? Ich habe mal vor ganz langer Zeit in China verwaltet. Und damals ist man immer hergegangen, wenn es Streitereien gab zwischen Taiwan und China, ist man hergegangen und hat Taiwan nächste Aktien, die dann gefallen sind, gekauft, weil die billiger geworden sind. Diese Strategie wurde ich momentan nicht mehr anwenden, weil einfach das Risiko, dass was passieren könnte, das gestiegen. Natürlich gehen wir alle davon aus, dass China nicht Taiwan angreift. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, die ist deutlich, deutlich gestiegen. Und das liegt nicht zuletzt an der Regierung. Xi Jinping sagt sehr, sehr deutlich, dass er bereit ist, militärische Mittel einzusetzen. Das heißt, das Risiko ist einfach viel, viel höher als vor 10, 20 Jahren. Jetzt steht ja im Herbst dieses Jahres noch die US-Präsidentschaftswahl an. Momentan verdichtet sich so ein bisschen die Gemengelage hin zu Donald Trump, der ja bekanntlich etwas restriktiver ist in seiner Handhabe, gerade was die Handelsbeziehungen angeht. Welche Auswirkungen würde das auch für uns hier im Westen nach sich ziehen? Ich sage Ihnen ganz klar, was wir momentan machen. Wir sind weitaus optimistischer für die USA geworden. Warum? Wenn Trump an die Regierung kommen würde, dann würden, glaube ich, drei Dinge passieren. Das Erste ist, die USA finanzieren momentan 46,3 Prozent der Lasten, die die Ukraine im Militärbereich trägt. Herr Trump sagt sehr, sehr deutlich, dass er diese Lasten nicht mehr leisten würde. Wer leidet darunter? Sicherlich nicht die USA, sondern Europa. Das heißt, man muss positiver für die USA werden. Herr Trump sagt sehr, sehr, sehr deutlich, dass er hergehen wird und die Zölle anheben wird. Wer leidet darunter? Die USA ganz bestimmt nicht, sondern Europa und China. Und die dritte Politik, die er angekündigt hat, ist, dass er hergehen wird und dass im Pariser Klimaabkommen austreten wird, Fracking fördern wird, Energie also billiger machen wird. Und gleichzeitig wird Energie, gerade in Deutschland, immer teurer. Aber momentan ist die Energie, die wir in Deutschland haben, der Industriestrompreis, der ist 3,7 Mal so hoch wie in den USA. Und die Politik von Trump wird dazu führen, dass dieser Unterschied, der wird sich doch weiter ausdehnen, weil wir darunter leiden, die USA, Europa wird darunter leiden und Deutschland. Und deswegen sind wir momentan eher positiv gestimmt auf die USA als auf Europa. Wenn man aber von der europäischen Seite sich das Ganze mal anschaut, wie könnte man dem entgegentreten, gerade was die Konjunktur angeht? Wir befinden uns ja in der Rezession, aber das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, hört sich ja nicht unbedingt nach einer Verbesserung an. Genau. In Europa haben wir und gerade in Deutschland haben wir eine ganze Reihe von Problemen. Das erste Problem habe ich angesprochen, das sind die enorm hohen Energiekosten. Diese Energiekosten müssen runter und deswegen müsste sich meiner Meinung nach die Energiepolitik in Deutschland drastisch ändern. Erster Punkt. Das zweite Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir eine enorme Bürokratisierung hatten in den letzten Jahren. Auch das muss deutlich zurückgedreht werden. Und das dritte, was wir in den USA sehr erfolgreich sind, übrigens unter Präsident Biden, ist, dass die Schlüsselindustrie sehr erfolgreich gefördert hat. Solche Programme könnte man sich auch in Europa vorstellen. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass Trump Präsident wird, wird es konjunkturell für uns und für die Handelsbeziehungen schwieriger. Was glauben Sie denn, wie sich der deutsche Aktienmarkt und der europäische Aktienmarkt entwickeln wird? Ich glaube momentan, dass der amerikanische Markt weitaus besser laufen wird als der europäische Markt. Einfach, weil die Amerikaner weitaus innovativer sind, weil dort eine weitaus größere Wachstumspolitik stattfindet. Weil das Wachstum dieses Jahr in den USA, das mag fallen, aber das mag vielleicht auf zwei Prozent fallen. Und in Deutschland werden wir irgendwo um die Nulllinie herum krebsen. Die Folge davon ist, dass die Gewinne in den USA vielleicht um elf Prozent wachsen werden, in Europa vielleicht um fünf Prozent wachsen werden. Und das alles spricht dafür, momentan nicht zu negativ auf die USA zu werden. Gibt es denn Branchen, die Sie als besonders vielversprechend empfinden und Branchen, wo Sie sagen, naja, da lässt man lieber ganz die Finger weg? Machen wir mal die Unterscheidung. Das ist eine gute Frage. Die eine Frage ist, was vermeiden wir? Nun, wir haben überhaupt keine Holdings momentan in der Papierindustrie in Europa. Wir haben keinerlei Holdings momentan in der deutschen Chemieindustrie. Wir haben keinerlei Exposure zu Metallunternehmen momentan. Warum? Weil diese Branchen gerade in Europa enorm leiden. Auf der anderen Seite, das sind die Branchen, die wir meiden. Auf der anderen Seite investieren wir relativ stark in Zukunftsthemen. Das größte Thema, ich glaube, wir werden da relativ schnell übereinstimmen, ist wahrscheinlich das der Künstliche Intelligenz. Nur können Sie nicht in Künstliche Intelligenz investieren. Deswegen gucken Sie, welche Branchen davon profitieren. Das ist insbesondere die Halbleiterbranche. Warum? Weil wenn man Modelle der Künstlichen Intelligenz hat, neuronale Netze, dann müssen Sie sehr, sehr viele Parameter gleichzeitig optimieren. Dazu brauchen Sie gute Halbleiter. Sie brauchen Unternehmen im Cloud-Bereich, die die Daten bereitstellen. Und Sie brauchen Unternehmen, die diese Modelle einführen. Dazu gehört beispielsweise Microsoft, die wir relativ stark halten. Solche Unternehmen halten wir. Oder andere Zukunftsthemen, die wir halten, sind transformative Medizin. Dafür passiert momentan sehr, sehr viel. Und solche Branchen, das kann ich Ihnen, glaube ich, da werden wir schnell übereinstimmen, die werden sich weitaus besser entwickeln als die Chemieindustrie in Deutschland. Heißt im Prinzip übersetzt, dass die KI auf die nächste Ebene kommt und damit in die breitere Vermarktung oder in die breitere Anwendung kommt. Wenn man das Ganze mal versucht, auf den deutschen Aktienmarkt umzumünzen und, ja, weiß ich nicht, den TechDAX sich anschaut, da ist noch ordentlich Potenzial, wenn man das vergleicht. Klar, wir erwarten in dieser Woche die Nvidia-Talen. Und jeder schaut hin und guckt, was könnte da für ein nächstes Kaninchen aus dem Hut gezaubert werden. Deutschland kommt da extrem hinterher. Enorm, enorm. Und das, was Sie angesprochen haben, genau das passiert im letzten Jahr. Das war ein Jahr, da wurden solche Modelle entwickelt. Ja, zum Beispiel JetGPT. Dieses Jahr ist das das Jahr, wo solche Modelle eingeführt werden. Zum Beispiel Co-Pilot zum Beispiel ist ein ganz großes Beispiel, das Microsoft einführt. Und diese Einführung dieser Modelle führt dazu, dass die Umsätze von diesen Unternehmen sehr, sehr stark wachsen werden. Professor Fiebig, ich fasse mal zusammen. Die Konjunktursicht ist eher düster eingetrübt, aber es gibt durchaus einige Hoffnungsschimmer im Bereich der Technologie, in die man momentan setzen kann. Genau so ist das. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für den Blick zwischen die Zeilen und natürlich auch für Ihre Einschätzung für das Interview in diesem Moment. Herzlichen Dank, Frau Krämer. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es war für Sie ebenfalls anregend. Und Sie haben das ein oder andere Thema mitverfolgt, vielleicht auch im Vorhinein. Und werden dementsprechend weiter dranbleiben. Wir bleiben es auf jeden Fall und sagen herzlichen Dank für heute. Wir bleiben es auf jeden Fall und sagen herzlichen Dank.